Der spirituelle Name Kamalesh. Kamalesh ist ein spiritueller Name, der Aspiranten gegeben werden kann, die das Mantra Om Namon Aharayanaya haben. Kamalesh ist die Kurzform von Kamalesha. Sanskrit wäre Kamalesha und in den nordindischen Sprachen wird meistens aus Kamalesha Kamalesh. Kamalesha kommt von zwei Wörtern Kamala und Isha. Isha heißt Gott, heißt der Herr, heißt der Meister und Kamala ist Lakshmi. Lakshmi ist der weibliche Aspekt von Vishnu. Und der weibliche Aspekt von Vishnu wird auch als Kamala bezeichnet. Kamala heißt Lotus. Lotus steht für die Schönheit der Natur. Lakshmi ruht auch auf einem Lotus. Und so gilt der Lotus auch als ein Symbol für die ganze Welt. Die ganze Welt erblüht und ist letztlich Schmuckstück der göttlichen Mutter. Kamalesh soll also auch heißen, du willst Gott in der ganzen Welt sehen. Und du willst Gott dienen, auch indem du erblühst. Und du weißt, so viele Fähigkeiten sind noch in dir, so wie die vielen Blüten der Seerose und des Lotuses langsam erblühen werden. So gibt es noch viele Kräfte, die in dir sind und die erblühen wollen. Und Gott wird dir helfen, dass du voll erblühst. Er ist nämlich Kamalesh. Er ist derjenige, der das Erblühen deiner Fähigkeiten meistern wird, dir dazu verhelfen wird. Wenn du ruhig mit dem Leid. Und du masturbieren, dann bist du irgendwann. Und du wirst. Und du wirst die Züge bist. Und du wirst. Und du wirst.